du musst mit dem eifern nur hinwerfen dann gehst du zurück deine kompetenz ist einfach unfassbar hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft bedwars zusammen mit diesen idioten okay startet die aufnahme die ist so läuft durch der zweiten runde sein wann bist du in der moderator ich kann sind wir dann bauen das wort block preis blocks da wird sich noch bringen ja ich hab ich hab ich hab ja sein als stück ja geil schon mal in die hölle rein du spaß schmeißen wir die einzelnen mann da kann ich die aufnehmen du musst mit dem eifern nur hinwerfen dann gehst du zurück ok deine kompetenz ist einfach unfassbar deine kompetenz ist einfach nur unfassbar meine gilt er schmeißt alle blöcke in die hölle mehr ich glaub's nicht ich glaub's nicht ja ich glaube die proberation ich habe das nicht aus der wikasse und da gibt es zeug oben auf den türmen wir müssen hoch ja wo gibt es jetzt hier eisen ja das gibt es auch auf der insel auf der startinsel und kohle auch da kann man sich damit zeug holen der mannsprung nur ganz selten das wissen wir natürlich nicht nur mal level 2 du hast schon eine kiste aber brauchst du nicht ja ich habe genug für die kiste ach nee falsch für vier dias und eine hatte für vier dias und 16 kohle kriegst du ein eisenschwert mit rückstoß 1 ich habe unsere kiste hingestellt alter wie ich gerade alle am weg schnitzeln ich müsste ja auch noch mal kohle und so holen okay ich bin gerade ganz viele am töten in der mitte und an gold sammeln das wäre mal ganz praktisch wenn ihr euch mal auskäst ja der kevin ist ja noch danke dass du mich unterstützen kommt ja ich muss gerade aufpassen es kommen leute zu unserem sport okay ich bin weg das kann sie mir auch mal sagen und man noch machst nur für los siehst du nicht dass ich komme ja ich habe die chaos ist hier nein das gibt es nicht das gibt es nicht gestorben ja das ist doch scheißegal positionieren sind ja mal jetzt muss ich mich neu ausrüsten so schlimm ja ich war ganz gut ausgerissen habe auch ziemlich viel umgebracht was ist eigentlich mit der anderen kevin ist raus crazy crafter ist keine ahnung wo der ist super sehr richtig neues kevin kevin ist raus immer noch wo ist der mom ist jetzt jemand pro kraft der 2003 alle sind wir nicht mehr ja entschuldigung haben alle angst bei uns ein standard spruch jetzt kommt die kraft zu mir ich brauche ein in bremende bei uns und ich ich mit ich mit ich 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 wurde abgeschossen an der seite ich bin ich habe nicht leben er hat nicht viel leben ja ich habe genug für den bogen ist wichtiger er ist tot okay dann mach mal waffenstillstand okay waffenstillstand ich kann die doktor kleine leute lasst doch kleine leute waffenstillstand wir sind doch noch zu klein um sich zu wehren da ist das ja kein waffenstillstand aber nie wieder ich beschütze es kommt jemand sonst ich beschütze sich mit eiskeit von dir von hinten von dir ermordet das ist fernes ich mach nie wieder waffenstillstand ich werde ich umbringen hätte ich einfach tun sollen ja hättest du nur hättest du der andere steht auf der gold silberinseln kennt dieser komische crazy crafter hallo wir sind unsichtbar ja komm mal hier komm mal hier siehst du es auch die blöcke bauen sich hier von alleine ab ja immer noch weiß immer noch komisch es ist mein toller bogen weg dank du bist du mein haben ich würde sowas tun wir müssen uns erst mal ihren weg nach oben ich habe ihn halbes herz weg geweckt man jetzt werde ich angerufen von kevin nein 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 er schieds mich auf hat ein herz nein Ich hab ihn einen Bogen gekillt. Ich hab ihn verkackt. Pass auf. Ich bin tot. Er kam einfach so aus dem Hinterhalt. Hier ist Gold. Cool. Ich hab 4. Wir können uns einen 7er Bogen kaufen. Kauf dir einen 7er Bogen. Ist wichtiger. Nein. Doch. Kauf dir den 7er Bogen. Kauf du dir den. Nein, hab ich ja keinen Fall. Ist egal. Kauf du dir einen Bogen. Ich geb dir erstmal den 2er und du gibst mir den 1er. Komm. Warte. Du nimmst schließlich auf, so man kann es auch besseres Zeug haben. Alles damit es interessanter wird. Was? Du rufst immer noch auf? Ja. Die Runde ist immer noch nicht vorbei. Das gibt es einfach nicht. Wieso werde ich denn dauernd getroffen? Jetzt lassen wir uns irgendwie schützen, dass wir hier wenigstens in der Base nicht abgeschossen werden können. Ist bei dir die Kiste auch unsichtbar? Ja. Können wir das bitte mal sichern hier? Blöcke. Aber ich würde dann auch irgendwie mal rushen oder so. Wir können ja nicht rushen. Die anderen sind alle viel besser ausgerüstet. Ein Gold. Kriegt man das nicht irgendwie noch? Okay. Jetzt sind wir hier schon mal ein bisschen sicher. Ich könnte mal rüber rennen, wenn ich noch ein bisschen Futter hätte. Legg alles in die Truhe und ich nehme es wieder raus. Was wichtig ist. Nein. Lass den Bogen hier. Lass den Bogen hier. Und den Pfeil auch. Und alles was noch wichtig sein könnte auch. Ja. Wichtig ist sonst nichts weiter. Alles versetzbar. Ja. Okay. Ich habe noch vier. Ich habe noch eine Spitzhacke für dich. Ich habe noch eine richtig gute. Bitte. Ich bin ja noch am Gold sammeln. Wir müssen hier endlich mal einen Weg bauen nach oben. Hast du Blöcke? Nein. Oh. Oh. Pass auf da kommt jemand. Sehen. Der hat eine Pferde dabei. Oh. Richtig hart. So mein Video rein. Ach so. Das ist unserer. Das ist uns. Oh Mann. Ich check das immer nicht. Blaue Schrift ist unser. Ja. Willst du schon. So. Wo sind die anderen jetzt hin? Ach. Mist. Ich kann hier keine Falle bauen leider. Sonst hätte ich hier eine Falle gebaut. Der kommt. Der kommt. Unterstütz unseren. Oh. Nur noch blau und gelb lebt. Bloll. Hä. Hä. Was greifst du mich an? Hä. Das war. Du standst da auf. K. rum. Ja. Niemand hat dich angegriffen. Ich möchte da endlich mal jetzt hochkommen Der andere von uns ist die ganze Zeit da oben Man macht was Ich geh mal kurz weg Ich geh mal zu den Inaktiven und guck mal, ob die noch irgendwas da haben Also an Eisen und an sowas Zu den Toten meinst du, ja Truhe ist geblendert Soll ich unsere Verbindung zu den Toten bauen? Hm, ich will es nicht Boah, du Digga, ich danke dich Doch, das macht Sinn, weil dann können wir nämlich Pass aber auf, dass ich nicht getötet werde Wir sind ja Team Blau, oder? Auf welchen Sörer spielt ihr gerade? Immer noch auf das Immer noch auf den selben Okay, gesagt, wenn ihr fertig seid Jo, machen wir Die Runde geht verdammt lange Ja Die wollen sich zu uns rüber bauen Seht ihr das? Hä? Ich will mich zu euch rüber bauen Nein, guck mal, die gelben Oder Ja, das sind die gelben Ich mache es gar nicht mal auf mich aufmerksam Wollen wir mal zusammen rüber laufen? Die stehen dort nur noch rum ohne Equip Ja, ich müsste mir mal schnell noch was besseres kaufen Ich habe jetzt noch Silber bekommen Ähm, Schwert Level 3 Das Rückschluss macht schon was aus Auf jeden Fall Guck mal, die bauen sich rüber, siehst du es nicht? Ich sehe es nicht, weil ich kann nicht hingucken Ich kaufe mir gerade Zeug Wollen wir drauf gehen? Na, der eine hat Rüsten und der andere nicht Wir sind zu dritt Aber da müsste der dritte mitkommen Dann schreib mal Hast du noch Gold? Ich habe vier Stück Hättest du noch einen Silber? Geht sogar rüber? Nee Ja, Kass Ja, siehst du nicht, wie sie sich rüber wurden Hast du einmal geguckt? Wahrscheinlich bauen sie sich rüber Ja Wahrscheinlich bauen sie sich rüber Ja, lass das machen Der baut da gerade Der baut da gerade Und da können wir das Bett abbauen Oder wo ist denn das? Ja, mach mal Wo ist denn der Block? Ist der drinnen? Du musst hoch gehen Komm Vielleicht sieht das nicht Vielleicht sieht das nicht Er sieht es nicht Das haben die da gebaut Einen schönen Eingang zu machen Müssen wir ganz hoch bauen und Ne, ich würde hier hoch laufen, weil es ist einfach leichter Die haben das nicht zugebaut Die haben das nicht zugebaut Die haben das nicht zugebaut Ich habe einen Block Hast du den anderen? Ne, den anderen sehe ich nicht Der ist geläftet Achso, der ist geläftet Okay Was sagt ihr? Der lebt denn jetzt noch? Mora Sibono Achso, das ist der ohne Rüstung Wo ist der? Ganz da oben Er ist tot Wir haben gewonnen Yes Und wahrscheinlich geht es jetzt? Yeah Das war es für die lange Folge Aber wir haben gewonnen Ja Ja Hauptsache wir haben gewonnen Bis zum nächsten Mal Wenn Ja, bis zum nächsten Mal Haut rein, bitte Bis zum nächsten Mal Wenn es wieder heißt Minecraft Bad Wars Tschüss Tschüss